Weißt du noch, wir fuhren mit offenen Fenstern bis zum Strand, für jeden Eis gekühlte Drinks zur Hand. Hello, hello, behind the scenes an der Amalfi-Küste mit unserem tollen Auto, was wir bekommen haben. Das hier ist übrigens meine Cousine Sandra und das ist meine beste Freundin Sina. Und wir haben hier mega Spaß, das Video zu drehen, deshalb wir hoffen, es gefällt mir. Lass uns befohlen, wie wir uns fühlen sollen. Lass uns wieder tun, was wir wirklich wollen. Wir kommen gerade in Touch-Up. Wir sind jetzt in... Mädels, wo sind wir? Atrani. Atrani. Pizza für alle. Freuen wir uns oder freuen wir uns? Das war unsere Zeit. Das war unsere Zeit. Weißt du noch... So, what do you think? Do you like the song? Yes, yes. So, and now you're searching me on Instagram. Or? Yeah. Pretty cool, that's nice. Unsere Zeit, weißt du noch... Es läuft super, jetzt ist Nacht, das ist meine Zeit. Ich bin ja eine Nachtbeule, ne? Olivia Star macht Fotos, Tamino stellt die Kamera ein, volle Menschen hier am Start, wir sind am Brotwein trinken. Nemogello Spritz, oder? Wie heißt das nochmal? Nemogello. Wie heißt das nochmal? Nee, Spaß. Hey ihr Lieben, it's a rap. Wir sind fertig. Wir haben das Musikvideo aufgedreht. Das war die letzte Szene. Wie wunderschön ist es hier, bitte. Ein ganz großes Dank an mein Team. Wir sitzen alle da drüben.